Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die, immer noch in der Stadt. Voller Leid und Tod. Ja, Aufräumarbeiten. Einen vollen Gang. Ich hab... Da ist mein Cursor. Ist das mein Rucksack gewesen? Da hinten war ein Hund, musst du aufpassen. Wodan wollte sagen, dass der Fleischhammer und der Spielekreiser auch dabei sind. Und wie immer dabei. Ja, man muss es nicht erwähnen. Ich glaube, wichtig ist, dass Minyas dabei ist. Danke. Verfolge mich, Moment. So. Es ist wenigstens nicht wieder so eine einzigige... So gegen das Mikro. Pum, das stimmt. Verfolge mich, Pum, sch. Ich hab hier irgendeinen Rucksack aufgenommen, aus Versehen. Könnte meiner gewesen sein. Magnum, Magnum Frames drin, aber richtig gutes Zeug hier. Ja, ja, ich wollte den eigentlich gerade drin bringen. Natürlich, den Schwerchhammer fand. Ja, ja. Bringst du den Zeug, den, den Zeug rein? Bringst du den Zeug rein und... Das klingt überzeugend rein, weißt du? Bringst du es mal überzeugend rein hier jetzt? Okay. Nice. Ah, okay. Nur Action hier. Ja, ja, ja. Was ist im Rucksack hier? Da ist noch was von mir. Kannst du gerne mit... Ja, da ist aber noch wichtiger Kram dabei. Warte mal, dann lass ich mal... Ja, komm, eh ne noch. Eh ne noch, eh. Na, expert, ich sag gleich der Schädel. Ja, okay, du bist trotzdem toll. Ich bring das Zeug runter. Danke. Urteile, Tin, Can... Okay, dann werden wir hier kurz aufräumen. Was brauchen wir, um hier das Ding sicher zu machen? Lass uns kurz brainstormen. Ja, auf jeden Fall sollten wir hier... Ja. Neu verlegen, dass ich nicht mehr in den Keller reinkomme. So, ich hab jetzt, äh, Glue und den ganzen wichtigen Kram hab ich, glaub ich, mit dabei. Glue... Ähm, Jack, soll ich das irgendwo reinschmeißen, oder...? Ja, kannst du erst mal machen, ja, zur Not, Mike, nach der Folge noch mal ein bisschen... Ja, ich schmeiß das mal hinten in die eine Kiste hier. Soll ich da rein, meine Güte. Ja? Wo bist du? Hier, äh, was soll ich dir sagen? Vor der Tür. Ja. Mach dir in die ganz linke Kiste, da waren Waffen, ne? Dann mach ich dir Potassium rein, 200 Stück. Led. Led. Wobei, Led soll dich einschmelzen, oder? Ja, Led einschmelzen. Linke, Linke Forge, ne? Ja. Ne, Linke ist nicht drin. Oh, was die aushalten, die blöden... Was? Hä? Da liegt da, Junge, der Bert hier... Die Pierste. Cooler Brille. Liegt da da. Noch warm. Noch warm. Klang war schon ein bisschen erregt gerade. Ja. Ja? Wo bist du? Wo bist du? Lass mich mal kurz mit dir alleine gehen. Äh, was? Äh... Ich bin jetzt... Was? Ich hab noch Glue. Ich hab noch sechs Glue und elf Duct Tape. Super, super. Um den Kaiser. Mach in die Kiste von den, äh, von den Viechern. Buddha, äh, von den, von den... Von den Buddern, ja. Buddhas. Buddha. Kaputt. Das ist schon wieder eine Schreie, wenn ich krieg die Mord. Ja, es ist zum Heulen, ja. Aber gehen wir rein, dass er uns nicht sieht. Er hat uns schon gesehen. War nicht so spät, ja. Mein, mein, mein Coil ist kaputt. Hat jemand eine neue? Oh, hat dann rausgeschmissen worden. Was? Wo? Was ist denn nun? Also, Spiel. Gehen wir hin, ja. Ja. Left the game. Das ist Feigart vorm Feind. Fahnenflucht. Aber antwortet nicht. Drei, zwei, eins. Was soll das? Feigart vorm Feind. Erkläre. Wie die Kreischerin auch einfach mal so eine 543er Pistole hat. Echt? Ja, ohne Scheiß. Der 500er. Da haben wir einen Pfirsich. Und schieß. Schieß. Oder zerschmetter ihre Köpfe. Aber tu was. Ja, tu was. Übrigens über 2000 Steinen. Meiß sie. Schieß. Oh, super. Steine ist gut. Schieß, wir haben die Scheiße. Wirf Steine. Oh, jetzt stehen sie wieder hier. Ja, ja. Ich komm gerade drin. They don't move. Ach so, ihr macht das doch immer rein. Rein, raus, rein, raus. Dann haben die jetzt Zombie Stop. Ah, ja. 152 Leder. Weißt du, was ich jetzt alles mache? Ich mache Ponchos. Poncho. Ne, machen wir irgendwas, was Sinn macht. Irgendwas, was wirklich Sinn macht, bitte. Wir brauchen noch Handlebars. Äh. Ich bin dein Rucksack. Ich bin dein Rucksack. Ich mach mal was rein. Wo ist denn mein Rucksack? Ah, hier. Ne, Scrap kann ich alles machen. Ich kann uns komplett Scrap machen. Ja, genau. Dann mach das. Ich habe auch 1400 Scraps. Ja, genau. Gute Idee von dir. Leder, aber das kostet uns das Ducktape, was wir für die Mopeds brauchen. Nein. Okay, das ist natürlich schwierig. Dann, wir haben aber hier noch Knochen und wir haben ein bisschen Wasser. Wir haben keinen Beaker. Was brauchen wir den Beaker überhaupt zum, warte mal, ein Glue machen? Nee, brauchst du nicht. Ganz normal. Wobei, das kostet, das höchste ist die Hose. Die kostet, die Hose und der Torso, die kosten drei Ducktape. Ich meine, es werden mal vier, zwölf. Muss was trinken gehen? Ja, ist eh. Wir haben ja schon viel fürs Bike zusammen. In der ganz rechten Kiste. Ich glaube, es fehlen nur noch die Handlebars. Okay, dann machen wir den anderen Ding. Und 16 Ducktape brauchen wir insgesamt noch. Okay, dann lassen wir das erstmal mit den Klamotten. Und dann brauchst du noch Holz? Also brauchen wir noch Spikes hier unten? Ja, ein bisschen auf jeden Fall noch. Ich komme nicht mehr aus dem Menü raus jetzt. Warte, ich muss kurz was trinken. Ich hatte null. Die Kreisung ist weg, ne? Ja. Kleber und Stoff. Wir haben's. Wir haben's. 20.47 Uhr. Fuck, gibt's noch ein paar? Oh, jetzt halt doch, wo's fressig geht. Fuck it! Wo bist du? Nee, halt gut. Ich bin weggesprungen von ihm. Aber trotz. Trotz. Oh, okay. Da kriechen ja welche. Ja, da kriegst du noch einer. Okay. Oh. Na, ich komme nicht raus. Jetzt. Ey, da sind's. Fünf, sechs. Hab ich da grad einen Hund gehört? Äh, wie kenne ich das? Na, los. Wohin an, ruf. Ins Gesicht, komm. Hinter dir ist ein Spider. Ja. Wichtig. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Nicht ins Gesicht beißen, du Arsch. Leder. Ah, der Spider vergnügt sich mit meinem Körper. Korrekt. Korrekt. Nochmal, ich bräuchte irgendwie, was der Mann's Bike Club reparieren kann, bitte. Ja, da liegt aber irgendwo noch einer. Da musst du mal gucken. Den hat genommen schon. Hat er nämlich noch keinen. Ja, ich komme wirklich. Wie viel hat denn er noch, Minas? Null. Ah, nö. Ah. Wie? Ich muss mal eben mal Rucksack holen. Oh, sag mal. Oh, dann hat er getötet. Haben wir noch ein bisschen Leder irgendwo? Leder, Leder? Ja, ich, ich habe Leder. Ja. Nur ein bisschen. Du kriegst alles und meinen Stoff. Und meine Brille. Und meine Öl, meine Federn. Wo soll ich den Clay reinmachen? Forge. Das, genau. Das ist eigentlich, glaube ich, egal. Warte mal, dass das, dass das perfekt passt. Clay 1040. Und was haben wir hier drin? Kann ich nicht ran. 600. Jetzt kannst du mir geben kurz. Ich habe es ganz rechts rein. Wo ist meine Pickaxe jetzt? Nice, ja. Also, ich mache mal schon mal ein paar Wurzbikes, ne? Ja. Okay, das ist ja echt die Wurzbikes. Aber da löscht es ja noch mit Level, ne? Ohne eine, ja. So, wir brauchen noch eine Batterie und Reifen. Reifen habe ich hier. Und dann haben wir es. Reifen? Achso, wo dann hat Reifen irgendwas? Echt super. Machst du hier rechts außen, oder? Ganz auch, ganz rechts außen, ja. Gut. Spät haben wir es. Aha. Ja, zu spät. Schadig. Kontinuos. Hau einfach mal auf. So, mix it. Okay, noch eine Batterie, zweimal Reifen und noch einen besseren Motor. Ich habe jetzt noch 1400 Scrub-Iron, die würde ich mal aufheben für die Klamotten, wenn wir noch ein Klebeband übrig haben. Ja, ein Klebeband habe ich hier. Ich bin nicht mehr bewaffnet. Einer ist übrig geblieben. Ja, da kann ich, äh, ja. Da kannst du viel mit anfangen. Da kann ich die Sitzbank mitflicken. Ja, genau. Hier, Minja. Am Boden. Die ist schon gewesen. Was denn? Ah, danke. Willst du den anderen haben zum Operieren? Ja, oder du kannst ihn verbessern, dein, wenn du willst. Ach so, stimmt. Ich kann die kombinieren, du hast recht. Das kann ich aber, obwohl ich nichts kann. Ich glaube schon, das müsste gehen. Ja, kombinieren funktioniert, ja. Obwohl ich nichts kann. Nee, geht nicht. Kann ich nicht reparieren. Nee. Kannst du mal, Bruder, ich habe es reingelegt in die Werkbank. Ey, wir müssen doch aber... In die Werkbank? Da ist nichts. Oh, nee, da ist ein Perala. Oh, nee. Dann lass mich... Ja. Ah, die sind wieder raus. Warte mal, ich lege sie dir hin. Okay, er hat mich. Ja. Okay. Wie ist das so aus, wenn ich da rausgebrachte? Komm rein. Ach nee, der muss repariert werden erst wahrscheinlich, ja. Weil ich reparieren. Schaffst du es? Werde sehen, ich glaube nicht. Okay. So, jetzt hast du einen neuen. Da, 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 da. Huh. Hast du ihn? Danke. Bitte. Ich glaube, ich schaffe tatsächlich... Oh, oh. Ich weiß es noch nicht. Wenn du rein gehüpft bist, ich mache hinter dir zu. Und gehüpft. Hüpft, hüpft. Mach zu. Sauber. Ist dicht. Mach zu. Okay, ich habe es Woodspikes am Machen. Und ver... Dankeschön. Sehr gut. Sehr gut. Was ist das für ein Ton? Dat war schick. Ich mag das auch nicht. Das ist das Glauben. Oh nein, ihr habt ein Zombie. Und klickt auf Verala. Ja, das hört sich zu sehen an. Das klingt so knöchern. Da ist er. Hallo. Und Verala. Der geht hier gar kaputt. Ja, sehr schön. Patsch, der liegt da. Shit. Oh, wenn der sich gleich durchbuddelt. Ist er doch irgendwo... Ach nee, hack hier. Okay. Ich habe zwei Pistolengriffe. Magnumgriffe und einen AK-47-Pirrell. Oh, cool. In die ganz linke Kiste. Bitte. Habe ich aus dem Peralen gerade rausgeholt. Nice. Also meine ich ernst. Naja. Du meinst wirklich ernst. Nee, das ist auch Taktik. Das ist einfach dem Mitarbeiter die Reibungswärme als Nestwärme vermitteln und so. Er war aber auf den Signal. Motivationshäppchen. So, nee, hast du super gemacht. Ganz toll, Minjas. Müssen wir uns jetzt die Nacht wieder in den Scheißrennen ziehen? Ja, ich bin schon auf ein Ohr taub irgendwie. Oh, nee. Morgen können wir hier abhauen. Ja, mal Benzin rüberkippen und dann... Ach, genau. Aber wir müssen noch Benzin holen, dann wahrscheinlich. Können wir nicht... Wir haben 1000 knapp insgesamt. Also das... Haben wir die Säulen nicht voll Sprengstoff? Also das war das... Das wäre cool. Dass dem Feind das Ganze nicht in die Hände fällt. Lutsch. Genau. Wir müssen sogar die Tür klicken. Zertören. Achso, nee. Jackie, dein Lutsch aus dem Rucksack, der liegt schon in der Kiste hier. Ah, nice. Dankeschön. Und die Schrauben sind krass. Also Benzin, das habe ich jetzt mitgenommen, das machen wir jetzt ins Bike. So. Was? Nicht aufhören einfach. Aber soll ich mal auffallen, dass wir am Tag 28 bald noch nicht mal richtig bewaffnet sind? Ähm, uns fehlt eigentlich nur der Kaliber. Ach nee, wir haben in der Base-Kammer-Kaliber, ne? Gute Fragen. Ja, haben wir. Possible? Ich wollte gerade nämlich sagen oder behaupten, dass uns nur der Kaliber fehlt. Was natürlich nur halb stimmt. Wir haben wir nämlich in der Base, ja. Null Uhr. Aber wir müssen unbedingt mal wieder zurück und das alles mal loswerden hier, ja. Ich mag nicht die Nacht wieder hier sitzen von den Kreischern, ich habe Angst. Kann ich verstehen, aber so ist es Leben. Die Mauern sind dick. Die Mauern sind dick. Hier oben sitzt noch eine Leiche drin. Was? Oberhalb der Treppe. Und, wie geht's ihr? Weiß ich nicht, ich sehe ihn nicht richtig. Leichig. Der ist leichig. Der ist leidig und hängt da rum. Die Geräusche macht mich fertig. Die Schritte sind gut, ja. Ich gehe das klären, ich bin gleich wieder da. Na klar. Du kommst zurück, total blau geschlagen. Ich habe das nicht geklärt, du sollst mal den anderen wehen, ne? Ja. Wir haben uns nicht einig, dass sie weiter streiten. Und ich gehe nicht mehr raus. Wir sollen noch ein bisschen warten, die kommen gleich. Männchen. Ich muss noch drei Bären töten hier, Mann. Kommt bei den Spitzen. Ah, hier ist ja offen. Hier ist ja ein Ritze. Hier ist ja ein Ritze. Wer hat hier ein Ritze gelassen? Mami. Mami. Das ist so rass. Komm nicht. Ich bin raus. Wo kann ich rein? Ich höre nichts. Ich bin drauf. Welche Ritze? Rein zu. Oh Gott. Kann mal jemand aufmachen? Bitte, 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 bitte. Kann jemand? Welche Richtung? Auf. Haupteingang. Ist auf, ist auf. Mach wieder zu. Ich bin gerade runter. Ich blute. Warte. Welche Ritze? Da ist eine Lücke in dem Umlauf oben. Oh Gott. Da fehlt ein Frame oben und ich bin so, weißt du, so, hey, komm doch her. Und auf einmal waren sie da. Oh nein, meine schöne Energie. Nice. Hier ist irgendwo ein Loch im Boden. Da vorne. Genau ein Frame fehlt. Ah ja. Ist so. Geil. Oh Gott. Fast lustig. Wann schon eigentlich? Oh nein. Ja, weiß Bescheid. Komm in die, komm, komm zu mir. Komm. Genau so. Und jetzt zu mir laufen. In meine Richtung. Hey. Bist du draußen wieder? Er macht den Spike. Ja, auf dem Rand. Ich will die, ich will die Tussi da reinlocken. Oh, das hat sich nicht gesund angehört. Gott, habe ich mich gerade verjagt. Aber ich habe den Sprung von oben überlebt, plus die Spikes. Mein Körper gewöhnt sich langsam an den Fall. Und dann geht es auch noch ein Problem. 2017. Jeder Beinbruch macht einen härter. Genau. Was ich nicht umringt, macht mich nur härter. B.S. 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 Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt doch irgendwas wieder. Wie viel cooler. Jetzt bin ich richtig cool. Komm her, du. Du olle Blinze. Und mit die Spitzen. Ja, komm. Der Spike Runner. Komm. Oh nein, noch eine. Komm her, komm her, Tussi. Ich muss sterben. Oh nein, komm her, komm her, komm her. Lauf rein. Irgendjemand ist unten mit der Motorsäge und lenkt die ab. Ja, ich habe es schon wieder aufhört. Und das sind keine Spitzen, wo die dagegen läuft. Die läuft nur gegen ihren Kumpel. Aber die müsste mich doch eigentlich... Ich bin eingetektet. Das ist, wenn ich hier hinten anmache. Kommt sie hier rüber? Nee. Hey, wa? Jetzt pick' aber Sense. Die stehen wieder und überlegen gerade, was zu machen. Ha, jetzt von in die Hüte. Ich komm vorne vor. Ja, der Leier kaputt. Achso. Ob ich runtergehe, das klären kann mich opfern für euch. Was? Ist egal, ich bin angeditscht. Nein, Minas. Nein, Minas. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter dir. Minas. Oh nein, ich habe es nicht mehr geschafft. Du warst angeditscht, hast du ja gesagt. Naja, nee, das ist halt. Du wolltest dich opfern. Weißt du, warum die keinen Schaden kriegt? Weil die... Oh nein, das fressen mich. Oh, das ist neklapp. Ach, das hört man. Könnt ihr nicht leise fressen? Ich wollte mich für die Gruppe opfern. Hast du? So ist nicht. Ja, aber das hat keinen Sinn gehabt. Nee, das war... Ich mach einfach die Decke auf, oder? Dann kommen sie runter. Ja, 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 ja. Sollten unbedingt scheiße. Der sieht aber... Oh, die klappern sich echt durch oben. Oh, oh. Oh, scheiße. Ohne, der ganze Hof ist schon voll. Wann kommen die denn nicht in die Spitzen, die Kacke? Los, hierher, rüber. Kommt hier rüber. Los. Karo. Hier. Un Karo. Oh, der eine hat es kapiert. Wo ist die Kreischtel? Sie ist hier reingerannt. Sie ist re... Nein, sie ist nicht. Sie ist hier drüben beim Nachbarn. Da kann sie ruhig bleiben. Aber sie ist lespawn. Les... Nee. Ich rede nicht weiter. Was? Du hast damit angefangen. Ich hab nichts gesagt. Oh nein. Was guckt ihr hier so? Versuchen wir denn. Was war das denn? Was war das eben für ein Sound? Was, du das? Nein, ich hoffe nicht. Kaiser, Alter. Jetzt sind die Ausläufer von der Erkältung. Oh my God. Jetzt weißt du, wie sie es gemacht haben. Ich hab gedacht, der steht mir auf dem Rücken. Wow. Mach nicht nochmal. Das ist nicht gut für die Geschichte. Super. Nee. Da kommt der Schleimer raus. Raus. Da ist er. Jetzt läuft sie, jetzt läuft sie, jetzt läuft sie, jetzt läuft sie. Endlich. Da ist ein Digga. Ich übersiege irgendwas. Hier. Jetzt ist er tot. Hat der kaum geschrien in der Zeit. Nein, war ja auch. Ja, so fühlst du eigentlich los. Doof ist gar nicht. Ja, kein Problem. Ey, das sieht aus, das Haus. Das ist völlig in Fetzen. Super, ja. Wenn ich jetzt von oben runterspringe, auf den Kopf. Mit dem Köpper? Ey, Spielekaiser, du hattest noch die in Crossbow, ne? Ich hab noch eine, die 153er fasst im Eimer, ja. Aber null Munition. Ja, die hätte ich jetzt angeworfen, kurze, nicht. Also, wenn ich das jetzt aber. Ein Rückweg. Ja, ne? Ja, ne? Ja, ich denk mal, in der nächsten Session werden wir beritten sein. Ja. Beritten? Beritten? Ich will nicht beritten werden. Nein, wir werden Britin sein. Beritten. Hättet ihr etwas Tee noch? Berittene Briten? Mit Milch. A little bit of Tee, Pies. Mit Milch. Fish and Chips. You bloody motherfucker. Bastard. I'm Tony Blair. Was? Jetzt bitte, mischen. Du was? Jetzt wirst du richtig regelhaft. Hör mal auf, was ist schon hier? Ja, das war echt zu doll, ja. Oh mein Gott, ey. Was ist denn jetzt los? Wo sind denn die ganzen, die sie gespawnt hat? Haben die aufgegeben? Eben. Habt ihr aufgegeben? Ich hab die Schrotze fertig. Vielleicht sind sie deswegen jetzt ängstlich. Und dass sie so einen Sound kriegen, wie der Bär da hinten wahrscheinlich. Ist doch schön, diese Ruhe. Guck mal, der Bär steht immer noch so da. Ich würd sagen, der richtige Zeitpunkt, wo dann. Was meinst du? Für wat denn? Na ja. Was sollen wir jetzt machen? Bald vier Uhr. Top schlagen. Nächster Tag. Nächste Folge. Ach so. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben. Und ein Abo bei den anderen. Nach oben. Und ja. Oder nach unten, wie ihr wollt. Ja. Ja. Oder nach oben. Oder nach oben. Entschuldigung. Ja, ähm. Bitte. Dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Neuer Tag für uns Glück. Oder nach oben. Oder nach oben. Tschööööö. Ja, 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 ja.